Hallo und herzlich willkommen heute zur Sendung über die Maus. Nicht verwechseln mit dem etwas gleich klingenden anderen pädagogisch äußerst wertvollen Machwerk. So, hier steht sie auch schon in besagtem Haus. Sie macht gerade Pause bzw. ist angestrengt dabei zu wittern, was die Umgebung ihr denn so bieten könnte an Feind, an Gefahr. Denn so ein Mäuseleben ist nicht unbedingt lang, wenn man nicht vorsichtig ist. Und dann schnell raus aus der Deckung, schnell hin zu was immer das ist und mitnehmen und zack! So funktioniert das. Und das ist auch wirklich so das bestmöglichste Verhalten für ein nach Möglichkeit etwas längeres Mäuseleben. Ja, wir haben genau zwei Bewegtbildaufnahmen, wo man mal eine Maus sehen kann. Die sind von uns selber, also die jetzt eben war von meiner Frau, ist sie mal auf einem Parkplatz gelungen, als sie auf mich gewartet hat, weil ich bisschen länger im Wald war als geplant. Aber gut, die andere Aufnahme kommt gleich. Hier ist jedenfalls jetzt die eine halbwegs brauchbare Zeichnung von der Maus, die ich finden konnte. Zeichnungen sind immer gut, weil man an denen anatomische Details teilweise ein bisschen besser erkennen kann als beim Foto. Wobei es gab gute Fotos von toten Mäusen, die wollte ich aber nicht einblenden, weil ja, das ist halt einfach nicht so, wenn es nicht sein muss, dann doch am besten am lebenden Tier oder am Foto vom lebenden Tier oder eben an so einer halbwegs schematischen Zeichnung. Das da ist eine Gelbhalsmaus, aber soll es zumindest sein, da können wir jetzt schon mal die grundsätzlichen Eigenschaften der Mäusetiere erkennen. Nämlich, sie haben einen für ein Säugetier relativ durchschnittlichen Körper. Das soll heißen, sie sind also noch ein recht urtümliches Säugetier ohne besondere Spezialisierung. Das heißt, sie haben keine super langen Beine, genau wie das Ur-Säugetier. Das war auch so eine, ja, das war irgend so ein Ding zwischen einem Hund und einer Maus vom Körperbau her und ungefähr halb so groß wie ein Wolf, irgendwie so fuchsartig. Ganz schwer zu beschreiben, aber tatsächlich ist eben unsere Maus dann noch recht nah dran. Allerdings ist sie auch ein Nagetier, das muss man natürlich noch dazu sagen und hat also eine Spezialisierung, nämlich den Nagerzahn. Das ist aber auch die einzige Spezialisierung, die sie ansonsten groß mitbringt. Sie hat grundsätzlich fast immer einen langen Schwanz, wobei wir natürlich jetzt sagen müssen, Maus ist nicht gleich Maus. Die Langschwanzmäuse und die Wühlmäuse sind die beiden Familien der Mäuse, die bei uns vorkommen und die Gelbhalsmaus hier im Bild ist logischerweise, wie man offensichtlich unschwer erkennen kann, eine Langschwanzmaus, wie auch die Hausmaus. Und übrigens die Ratte ist auch eine Langschwanzmaus. Ja, eine Ratte ist eine Maus. Das kann ich vielleicht gleich mal kurz erklären. Tatsächlich wird in der Zoologie gar nicht so sehr zwischen Ratten und Mäuse unterschieden, dass das zwei grundlegend völlig verschiedene Dinge sind, sondern das sind alles Langschwanzmäuse. Ja, natürlich gibt es dann innerhalb der Familie der Langschwanzmäuse noch die Gattung Rattus und die Gattung Mus zum Beispiel, wo die Mus Musculus drin wäre, die Hausmaus. Und die Gattung Rattus, da gibt es dann zum Beispiel Rattus Rattus, das ist die Hausratte, die durchaus große Schäden anrichten kann und in der Geschichte auch häufiger getan hat. Die gehört da natürlich schon auch irgendwo rein. Zum Beispiel gesehen ist eine Ratte schon was anderes als eine Hausmaus. Aber ja, die sind schon sehr nah miteinander verwandt und im Groben kann man sagen, eine Ratte unterscheidet sich von den anderen Mäusen im Wesentlichen davon, dadurch, dass sie einfach ein bisschen größer ist. Und das ist es im Grunde eigentlich auch. Ja, und sie hat manchmal noch ein Zitzenpaar mehr als die meisten Mäuse. Naja, gut, jedenfalls zurück zu unserer Gelbhalsmaus. Mäuse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eben einen kleinen gedrungenen Körper haben. Damit haben sie auch eine sehr starke Muskulatur, die an den Beinen ansetzen kann, insbesondere da die eben sehr kurz sind. Und sie besitzen für ihre Größe eine ausgezeichnete Spurenkraft, können aufgrund ihrer kräftigen Beine fast immer auch gut klettern. Sie können durchaus potenziell auch schwimmen. Da hilft ihnen dann wieder ihr Schwanz. Ihr Schwanz hilft ihnen auch bei besagtem Klettern. Und natürlich auch beim Springen. Da dient er sozusagen als Steuerruder, um im Sprung, im Flug ein bisschen besser kontrollieren zu können, wo dann eigentlich hingesprungen werden soll. Also der Mäuseschwanz, der hat schon definitiv seine Berechtigung. Zumindest mal bei den Langschwanzmäusen. Ja, bei den Wühlmäusen nicht so sehr. Wobei es auch Wühlmäuse mit einem relativ langen Schwanz gibt. So. Außerdem, Mäuse sind durchaus Tiere, die auch was sehen können. Gerade die Gelbhalsmaus ist ausgesprochen nachtaktiv zusammen mit der Waldmaus und hat daher verglichen mit dem Rest des Körpers sehr große Augen, wenn man das so im Verhältnis mal ein bisschen sieht. Und damit sieht sie im Dunkeln auch ganz hervorragend, allerdings schwarz-weiß. Sie ist vollständig farbenblind. Und sie hat auch große Ohren, wie man hier schön sehen kann. Das haben manche Wühlmäuse nicht ganz so sehr. Die hören zwar auch nicht schlecht, aber die Waldmaus und die Gelbhalsmaus zählen zu den Mäusen mit dem besten Hörvermögen wahrscheinlich. Sie kommunizieren auch im Ultraschallbereich, können im Ultraschallbereich auch durchaus jede Menge Geräusche wahrnehmen. Und rüchen tun sie auch ganz ordentlich. Sie sind also so rundum von der Sinneswahrnehmung her eigentlich ganz gut ausgestattet. Für die Naherkennung gibt es dann noch die Schnurhaare und Tasthaare sozusagen. Und ja, das ist im Wesentlichen das, was so eine Maus ausmacht. Also ein eigentlich mit allem, was ein Säugetier so haben kann, ausgestattetes, kleines Universalsäugetier. Sehr anpassungsfähig, sehr vielfältig und kommt in jedem Lebensraum vor. Inklusive sogar als eines der wenigen Säugetiere in der Antarktis, weil selbst bis dahin haben es ein paar Mäuse und Ratten über irgendwelche Forschungsstationen, wahrscheinlich mit den ersten Antarktis-Erforschenden, dahin geschafft. Ja, das erst mal zu diesem Bild hier. Ja, das Bildmaterial hier ist jetzt uralt, habe ich mal aufgenommen. 2017 im Mai und hatte auch ein kleines Video dazu gemacht. Und das habe ich mir jetzt wieder runtergeladen und hier nochmal reingeklatscht. Entsprechend die Bildqualität ist unterirdisch. Aber trotzdem kann man hier wunderbar sehen, wie eine Rötelmaus, das ist jetzt eine Wühlmausart, versucht sich hier gütlich zu tun an den Knospen dieses... Ja, genau erkennen kann ich es nicht. Aber jedenfalls futtert sie da Knospen und ja, hat er auch noch mal eine Texteinblendung dazu gemacht. Die Rötelmaus ist vielleicht eine der häufigsten Mäuse, die wir im Wald so antreffen können, insbesondere wenn es sich um einen Wald handelt, der gut grabbaren Boden aufweist. Dann legt sie da unterirdische Nester an, lebt aber ja mehr oder weniger einzelgängerisch. Also die Weiblein sind unterwegs, die Männlein sind unterwegs und wenn sie sich treffen, dann kommt es nicht selten zur Paarung. Und dann ist das Weiblein eben bald nicht mehr ganz alleine, bis es dann wieder die Jungtiere wegscheucht. Sollte sich der Vater der Jungtiere in der Nähe aufhalten, dann dauert das ein bisschen länger, bis die männlichen Tiere geschlechtsreif werden, damit sie eben nicht in direkte Konkurrenz mit dem Vater sozusagen treten. Und das ist zum Beispiel so eine dieser Anpassungen mit der Stress im Mäusereich, also unterhalb, innerhalb der Mäuse, ein bisschen vermieden wird. Ja, aber das ist ebenfalls die Müddelmaus. Das ist ein schönes Beispiel für eine solitär, weitestgehend solitär lebende Maus. Die hat auch durchaus recht große Gebiete, in denen sie unterwegs ist und das zu futtern sucht, was sie hier auch gerade sucht. Es ist übrigens unmöglich festzustellen, ob es sich ein Weiblein oder ein Männlein handelt. Also erst wenn man genau nachguckt an den Stellen, wo das logischerweise dann ganz ersichtlich ist, aber an der lebenden Maus ist es nahezu unmöglich. Ja, aber jedenfalls haben diese Streifgebiete in den krassesten Fällen bis zu zwei Hektar. Die Männchen, die sind weiter unterwegs, weil sie nach mehreren Weibchen nach Möglichkeit suchen und nicht nur nach einem, während die Weibchen irgendwas so im Bereich 0,3 Hektar standardmäßig unterwegs sind oder nochmal deutlich kleinere Streifgebiete, wenn sie gerade trächtig sind oder gerade Jungmäuse zu versorgen haben. Ja, und die legen gerne so ein bisschen Nester an, teilweise auch Nester aus Gras, in Baumhöhlen, in Wurzelhöhlen, in Erdhöhlen, mal auch manchmal ohne Gras, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Im morschen Baumstumpf sind die teilweise unterwegs. Aber da die Rötelmaus ja ganz klar zu den Wühlmäusen gehört, ist sie also durchaus auch in der Lage, ihre eigenen Höhlen zu graben. Dafür hat sie ja auch diese spezialisierten Mäusepfoten. Grob kann man sagen, dass ein Mäusehinterfuß, also das, worauf sie jetzt gerade steht, man sieht es ein bisschen, der hat meistens alle fünf Zehen tatsächlich als Zehen ausgebildet. Das ist gar nicht so häufig im Tierreich bei den Säugetieren. Und sie steht plus minus tatsächlich auf den Zehenspitzen bis auf den Zehen selber, aber weniger auf dem Fuß. Also so eine Maus ist von der Gangart her irgendwie so ein Mittelding zwischen einem Sohlengänger, wie einem Bär, der wirklich mit der kompletten Fußsohle auftritt und die Zehen hinterlassen dann auch einen zusätzlichen Abdruck, und einem Zehengänger, wie zum Beispiel einer Katze oder einem Hund. Die sind beide Zehengänger, die wirklich nur plus minus auf den Zehenspitzen in der Gegend rumschleichen. Und die Maus hat halt mehrere Zehenglieder am Boden, aber nicht den ganzen Fuß. Ja, die Vorderpfote, die ist je nach Maus ein bisschen ummodelliert, entweder als Grabewerkzeug positiv ausgestattet, hat dann oft auch nur vier Zehen, beziehungsweise die Fünfte ist schon noch irgendwo, also der Daumen sozusagen, ist schon noch irgendwo vorhanden, aber zurückgebildet und funktional nicht so relevant bei vielen Mäusen, je nach Art. Manche haben auch alle fünf deutlich ausgebildet und als Grabewerkzeug zur Verfügung stehend. Und was man kennt vom Nagetier, die können auch ganz wunderbar eben zwischen ihren Pfoten noch Sachen festhalten, um die dann zu verzehren, entsprechend Nüsschen zu knacken oder sonst irgendwie damit dann zu hantieren. Das hier ist nochmal eine schöne Aufnahme von der Gelbhalsmaus, diesmal auf dem Ast, auf dem Zweigchen unterwegs. Und da, wie gesagt, Mäuse können sehr gut klettern. Das müssen sie auch, denn immerhin ist das hier der Adventskalender und wir wollen jetzt mal ein bisschen auf den Winter zu sprechen kommen. Die meisten Mäuschen halten keinen Winterschlaf oder Winterruhe, weil die sind einfach so klein, dass sie für ein Säugetier einen vergleichsweise hohen Energieverbrauch haben. Also die Energie, die pro Körpermasse von Nöten ist, die nimmt ab, je größer man wird. Also pro Kilo, was er mit sich rumschleppt, braucht ein Blauwal vergleichsweise sehr wenig zu essen. Und je kleiner das Säugetier ist, desto mehr Essen braucht die pro, ja in diesem Fall 0,00 irgendwas Kilo Körpermasse, die sie mit sich rumschleppt. Und das bedeutet, so eine Maus ist im Grunde immer unterwegs. Gerade bei der Rötelmaus, das ist wieder eine Gelbhalsmaus hier nochmal, damit wir das nicht verwechseln, ist es so, dass man mal ganz gut untersucht hat. Die hat Aktivitätsphasen zwischen 5 und 9 mal am Tag, legt sie los, dazwischen macht sie Pause, ruht sich aus, ist entspannt, säugt Jungtiere, wenn gerade Jungtiere da sind und es ein Weibchen ist, sowas in die Richtung. Und dann legt sie eben für eine anderthalb bis drei Stunden los, sucht was zu futtern, rennt draußen rum. Die Rötelmaus ist auch tagaktiv. Die meisten anderen waldbewohnenden Mäuse, die wir bei uns so haben, wie hier unsere Gelbhalsmaus, die sind eher nachtaktiv. Aber trotzdem in der Aktivitätsphase geht es dann rund und dann wird die typische Mausfortbewegung gemacht. Das haben quasi alle Mäuse gemeinsam, egal ob Langschwanz oder Wühlmaus. Nämlich ein Stückchen rennen, stehen bleiben, sichern, kommt jemand, habe ich was gehört, ist da irgendwo der Feind. Stückchen weiter rennen, wieder sichern. Die Maus weiß sozusagen, dass sie selbst sich auch nicht völlig geräuschlos fortbewegen kann, dass sie sich ein bisschen raschelt im Geäst, insbesondere raschelt im Laub. Und Laubwälder sind übrigens auch der bevorzugte Lebensraum von unserer Gelbhalsmaus hier oben. Die ist durchaus sehr häufig. Also eine Gelbhalsmaus hat man bestimmt schon oft gehört, mindestens gehört im Wald, sicher auch mal welche gesehen. Mäuschen sind, das ist das Schnellen der Gegend rumhuschen, sind selten eindeutig identifizierbar, wenn man sie wirklich optisch zu sehen bekommt. Am ehesten noch die Rötelmaus, weil die halt am ehesten noch tagaktiv unterwegs ist. Ja, aber jedenfalls, dann wird weiter geruscht und unsere Gelbhalsmaus hier als Langschwanzmaus ist tendenziell, die kann zwar nicht so gut graben, ist dafür tendenziell aber ein bisschen mobiler als zum Beispiel die Rötelmaus. Und die hat kurze Strecken, wo sie eben rumrennt, stehen bleibt, sichert. Und wenn sie Offenland überqueren muss, also Gebiet ohne viel Deckung, das ihr nicht so zusagt, dann macht sie das springend in Sprüngen ohne Anlauf wohlgemerkt zwischen 30, 40 und bis zu 80 Zentimeter, wenn es sein muss. Und da ist halt eben einfach dieser Körperbau als kompaktes, muskelbepacktes Mäuslein, weil gemessen für ihre Körpergröße sind die schon wirklich enorm muskulös, ist da natürlich genau das Richtige, um entsprechend tolle Sprünge machen zu können. Ja, das ist dieses berühmte Bild, was es auch auf Wikipedia zu sehen gibt zur Gelbhalsmaus, da habe ich es auch her. Auf diesem Wege darf man ja dann auch solche Bilder gegebenenfalls verwenden, wenn man immer schön hinschreibt, wo man sie her hat. Und da kann man also schön sehen, wie so ein Mäusesprung auf die Distanz dann aussieht. Sie können auch wunderbar nach oben springen aus dem Stand. Verglichen mit uns, wenn sie so groß werden wie wir, dann könnten wir aus dem Stand mal eben so sechs, sieben Meter hoch springen, wenn wir das könnten, was diese Mäuse mit ihrem kompakten Körper vollbringen können. Übrigens nutzt unsere Maus hier auch ihren Schwanz wunderbar im Pflug als Steuerruder ein wenig, um zu steuern, wo sie dann eben hinspringt. Keine Ahnung, ob das Bild zu 100 Prozent so echt ist und so genau passiert ist, aber die Haltung der Maus ist jedenfalls anatomisch korrekt. Absprung mit den Hinterfüßen, gelandet wird dann natürlich mit den Vorderfüßen und der Schwanz stabilisiert das Ganze während des Flugs. So, Gelbhalsmäuse sind zusammen mit der Waldmaus eben als Freiland und Offenland mehr oder weniger bewohnende Maus, ohne jetzt sich irgendeine spezielle, super tolle Ressource ganz in der Nähe sichern zu können, nur in durchschnittlich geringen Dichten unterwegs. Das heißt, wir finden pro Hektar Wald irgendwas zwischen 1, und ein kleines bisschen Mäusen dieser Art oder vielleicht mal so was 5 bis 6 pro Hektar. Und das ist jetzt gar nicht mal so viel, weil so ein Hektar, das ist zwar nur 100 mal 100 Meter, aber in 100 mal 100 Metern kann man sich schon an ziemlich vielen Orten aufhalten und gerade in strukturreicheren Wäldern ist da dann schon einiges geboten auf einem Hektar. Und das ist aber für die Mäuse auch wichtig, dass sie einen vielfältigen Lebensraum stückweit haben, um dann auch mehrere Nahrungsquellen zur Verfügung zu haben und vor allen Dingen auch Nahrungsquellen, die zu verschiedenen Jahreszeiten zur Verfügung stehen. Zu noch mehr Mäusen pro Hektar kommt es immer regelmäßig in sogenannten Mäusejahren. Die sind insbesondere für die Landwirtschaft durchaus auch mal ein Problem. Der ein oder andere Gartenbesitzer wird vielleicht auch schon mal geflucht haben, weil Wühlmäuse bei ihm im Garten unterwegs gewesen sind. Aber solche Mäusejahre entstehen im Wald jetzt konkret für Waldmäuse, meist dann, wenn sämtliche Nusstragenden Laubbäume, also Buche, Eiche vor allen Dingen, Mastjahre haben und dann eben auch sehr viel Buche und Eiche runterschmeißen. Und darauf kann eine sich schnell reproduzierende Art, wie eben eine Maus, durchaus dann flott reagieren und hat ein paar Monate lang ideale Nahrungsgrundlage, kann eben im Prinzip aus dem Vollen fassen. Und wenn es dann noch ein milder Winter wird, dann sind die meisten Mäusearten auch in der Lage, den Winter über weiter Reproduktion zu betreiben. Also gerade unsere Gelbhalsmaus zum Beispiel, die hat normalerweise einen Reproduktionszeitraum, also wo sie fruchtbar ist, die Weibchen, von Februar, Ende Februar bis ungefähr September, sowas um den Dreh. Aber das kann auch beliebig erweitert werden, wenn es halt eben keinen Winter gibt. Und da gab es ja durchaus auch schon Jahre, in denen das so war. Und dann ist auch ein Trächtigwerden und einen jungen Großziehen im Winter kein Problem, insbesondere wenn überall immer noch die Buchhäckern rumliegen und die Eicheln rumliegen und Ähnliches. Dann freut sich die Maus und kann da wunderbar sich reproduzieren. Apropos Reproduktion. Grundsätzlich kann man ungefähr sagen, dass so eine Maus meist eine sehr geringe Lebenserwartung hat. Das heißt, sie muss innerhalb ihrer kurzen Lebenserwartung schon irgendwo in der Lage sein, eine gute Reproduktionsrate zustande zu bringen, weil sonst wäre die Maus ja schon längst ausgestorben. Nix davon ist der Fall. Wir haben kaum Mäuschenarten in Deutschland, die nennenswert bedroht sind. Die Maus gehört sicher zu einer der erfolgreichsten Säugetiergruppen, die es so gibt, auch von der weltweiten Verbreitung her. Mäuse gibt es eigentlich nahezu überall. Dummerweise haben sie auch so eine sehr praktische Größe, dass sie so als kleiner Snack zwischendurch auch für fast jedes Raubtier durchaus eine Rolle spielen. Also auch die großen Raubtiere, zum Beispiel ein Wolf und Tim und da soll auch schon mal ein Bär sich mal eben versucht haben, eine Maus zu fangen, weil ihm langweilig war. Die fangen sich schon auch mal eine Maus. Natürlich spielt das für den Nahrungsbedarf, den sie haben, nicht wirklich eine Rolle, aber es ist Training und es ist gerade verfügbar und dann kann man das schon mal machen. Sämtliche Katzen, selbstverständlich ebenfalls, holen die sich gerne mal eine Maus. Die spezialisierte Mausjägerin in unseren Wäldern ist allerdings die Wildkatze. Die frisst so gut wie nichts anderes. Hin und wieder mal noch ein Vogel, hier und da vielleicht auch noch mal ein Frosch, irgendwie sowas in die Richtung, aber doch fast nur ausschließlich Mäuse. Die Wildkatze ist auch eine der wenigen Tiere in unserem Wald, die 100% Carnivor lebt. Die frisst also wirklich nur Fleisch. Da kannst du einen Apfel hinhalten, den lässt sie liegen. Da kannst du Beeren hinhalten, die lässt sie liegen. Selbst Wölfe nehmen hier und da mal eine Beere oder auch mal einen Apfel, wenn das gerade am Wegesrand liegt und ihnen lecker erscheint. Das kommt also auch schon mal vor, dass die sich mal ein bisschen vegetarisch hier und da ein bisschen Salat sozusagen, Wolfssalat reinziehen. Ja, was uns zurückbringt zu der Maus? So ziemlich jeder mag die halt gern. Auch der Fuchs spezialisiert der Mäusejäger primär auf Mäusejagd. Sämtliche Eulen holen sich Mäuse ausnahmslos. Jede Eule ist hinter irgendeiner Maus her. Alle ausnahmslos. Manchmal auch teilweise noch junge Kaninchen. Zum Beispiel so ein Uhu würde sogar noch mit einem ausgewachsenen Kaninchen totkriegen. Tut das? Ob er damit wegfliegen kann, ist eine andere Frage. Aber ja, Mäuse nimmt eigentlich jeder gerne. Und drum zurück zur Reproduktionsrate unserer Maus. Denn die liegt so ungefähr bei 18 Nachkommen pro Jahr pro Mäusepaar. Und ja, Mäusepaar ist relativ. Das hängt jetzt auch wieder von der Mausart ab. Ob es überhaupt eine paarbildende Maus ist in dem Sinne. Die meisten Mäusearten, die heimischen, die sind nicht so, dass die sich jetzt irgendwie zusammentun und in irgendeiner Form sich treu sind und beieinander bleiben Männlein und Weiblein. Sondern da herrscht, wenn überhaupt, nur so eine sehr lockere Bindung, solange die jungen Aufzug stattfindet. Wenn überhaupt. Eine Ausnahme, allerdings keine sehr romantische, bildet die Hausmaus. Musmusculus. Die Hausmaus ist ja auch ein Wildtier. Wenn ich jetzt also Hausmaus sage, dann meine ich keineswegs die als Haustier gehaltene Hausmaus, auch gerne Farbmaus genannt, die man für ein paar Euro in der Zoohandelsfiliale um die Ecke bekommen kann. Sondern ich meine tatsächlich die wild lebende Hausmaus, die bei uns eben Schäden anrichtet, indem sie in die Vorratskammer sich reingebissen hat, indem sie im Keller wohnt, im Dachstuhl oder sonst wo und durchaus, naja, streng genommen als Schädling zu bezeichnen wäre. Auch wenn man sie trotzdem natürlich sehr sympathisch finden kann, solange man sie selber nicht hat und sie einem selber nicht die Dämmung in der Wand wegfuttert, um sie zum Nestbau zu verwenden und Ähnliches. Also futtern im Sinne von wegnagen. Essen können die das auch nicht. Da wollen sie dann einfach sich ein gemütliches Nest draus bauen und so weiter. Die Hausmaus, die hat eine Harem-Bildung. Also der Hausmäuserich, genau genommen, der hat jeweils seinen eigenen Harem von vielen Weibchen und von denen sind nicht alle fruchtbar, beziehungsweise haben nicht alle einen Eisprung, sondern nur ein paar, weil die Nahrungsvorräte einfach nicht für alle ausreichen. In seltenen Fällen tun sie das dann doch und dann kommt es auch zu einer Massenvermehrung. Der Hausmaus, aber der Pasha, also der Mäuserich, der verteidigt dann auch sehr aggressiv seinen Harem gegen entsprechend andere Mäuse. Das ist nur deswegen interessanterweise ausgebildet worden bei der einzigen Maus, die in Deutschland vorkommt, wobei man sagen muss, dass die Hausmaus nicht heimisch ist. Die Hausmaus ist dann irgendwann vor, ja, keine Ahnung, irgendwas zwischen 10.000 und 20.000 Jahren bei uns auch als Kulturfolger mit dem Menschen angekommen und damit ist sie offiziell kein Neozon. Neozon ist alles, was nach 1500 Ungrad bei uns angekommen ist und da war sie ja schon ein kleines bisschen früher da. Also selbst Baumarten, bei denen auch keiner das auch darüber nachdenkt, dass die eigentlich Neophyt sein könnten, wie die Walnuss oder die Esskastanie oder die Rostkastanie oder sonst wie, die sind viel weniger lange da als zum Beispiel eine Hausmaus oder die Ratte, die stinknormale Hausratte. Jedenfalls Hausmaus lebt eben in dieser Haremstruktur, weil Nährstoff eigentlich nie das Problem ist. Das Problem sind eher Feinde, Hauskatze, wenn der Fuchs mal im Garten vorbeischaut oder im Keller oder sonst irgendwie der Marder auf dem Dach vorbeischaut, solche Späße. Damit hat sie viel mehr zu kämpfen und natürlich mit uns selber, der wir Mausefallen aufstellen und uns sonst was einfallen lassen, um sie wieder loszuwerden, die Hausmaus, was bisher noch nicht nachhaltig funktioniert hat, weil es gibt sie immer noch und sie ist auch nicht vom Haussterben bedroht, man muss sich da keine Sorgen drum machen. Jedenfalls hat sie trotzdem aufgrund dieses beengten Lebensraums und dieser wenigen Quadratmeter, auf dem zum Teil eine Hausmauspopulation leben kann, diese Rudelstruktur bzw. diese Haremstruktur da entwickelt. Die übrigens interessanterweise mit einer enormen Inzuchtquote klarkommen muss, weil der Mäusepascher paart sich meistens mit eben der ältesten Maus in seinem Harem und Mäusen und deren Töchter und die Nachkommen von denen wiederum werden dann ja die neuen Töchter, mit denen sich dann wiedergepaart wird. Dann würde er ja auch ständig mit seinen Töchtern, Enkelinnen und so weiter und so fort Nachkommen produzieren. Das passiert übrigens bei vielen Hirscherhatten sehr wohl genauso und das funktioniert trotzdem in der Natur. Also sowas gibt es, das finden wir jetzt vielleicht furchtbar, aber geben tut es das deswegen trotzdem. Aber nee, es ist sogar hier noch ein bisschen schlimmer, weil die männlichen Nachkommen der Mäuserinnen aus dem Harem, die werden quasi erst bei Geschlechtsreife verscheucht und dann kann es passieren, dass der Sohn sozusagen sich einen Kampf mit dem Vater liefert, in dem Moment, wo er verscheucht werden soll vom Vater, gewinnt, den Vater wiederum verscheucht und in dem Fall hat der Sohn mit seiner Mutter und seinen Schwestern weitere Nachkommen und damit nimmt die genetische Variation noch viel weiter ab und der Inzuchtfaktor in so einer Hausmauspopulation steigt noch mehr an. Aber aus irgendwelchen Gründen scheint das trotzdem zu funktionieren. Wahrscheinlich gibt es genügend Mutationen, gerade wenn sie da auf geringem Raum leben und außerdem werden die eh nie besonders alt, dass da über viele Nachkommen-Generationen derselbe Mäuserich das Sagen hat, beziehungsweise die alten reproduzierenden Tiere überhaupt so lange leben, dass sie über mehrere Generationen hinweg verfügbar sind, weil so eine Hausmaus wird im Durchschnitt 100 Tage alt und das war es dann auch schon. Das ist übrigens eine der geringsten Lebenserwartungen innerhalb der Mäuse und das ausgerechnet bei der Maus, die eigentlich Futter im Überfluss zur Verfügung hat. Nahrungsmangel stellt da überhaupt kein Problem dar, aber ja, das Leben muss deswegen nicht unbedingt einfacher sein. Davon können auch wir ein Liedchen singen, soll ja auch schon Menschen gegeben haben, die über ein schlimmes Leben geklagt haben, obwohl sie eigentlich immer genug zu essen hatten. Also vielleicht ein interessanter philosophischer Ansatz. Ich finde es jedenfalls bemerkenswert, dass die Maus mit der geringsten Lebenserwartung die ist, die im Schlaraffenland wohnt. Ja, hier nochmal mein Maus-Bewegtbild-Material vom Anfang. Nochmal zurück zum Winter. Ich habe das jetzt irgendwie verloren zwischendrin, den roten Faden. Im Winter sind die meisten waldbewohnenden Mäuse. Die Hausmaus, die macht sowieso gar nichts Besonderes im Winter. Die ist ja warm, die hat da gar keine Probleme. Aber die wild lebenden Mäuse, die naturbewohnenden Mäuse, die müssen halt gucken, dass sie auch im Winter genügend Nahrung zusammenkriegen, weil ein Winterschlaf nicht möglich ist. Als so kleines Tier hat man einfach einen zu hohen Stoffwechsel, zu schnell schlagendes Herz, zu flotte Atmung. Alle Säugetierorgane, die wir ja auch haben, die sind einfach nicht ideal, dafür so klein zu sein. Und drum ist eben die ständige Nahrungsversorgung die Folge. Und viel Pause machen ist da nicht. Drum schläft eine Maus ja auch nie viele Stunden, sondern immer nur so zwei, drei die allermeisten Mäusearten. Und danach geht es wieder auf Tour und dann muss die nächste Nahrung gesucht werden, sofern keine Vorräte angelegt werden. So, und das ist nämlich jetzt der springende Punkt. Was macht eine Maus im Winter? Kann sie dann beliebig viel draußen rumrennen, gegebenenfalls unter der Schneedecke? Viele Mäuse legen nämlich unter der Schneedecke Laufgänge an, graben sich da einfach durch, graben können sie ja. Gerade insbesondere unsere Rötelmaus hier ist durchaus problemlos in der Lage, unterm Schnee Laufgänge anzulegen, um halt eben wenigstens ein bisschen in der Gegend rumschleichen zu können. Und vielleicht finden sie ja beim durchen Schneegraben irgendeine ergiebige Nahrungsquelle. Es sind fast immer Allesfresser. Die waldbewohnenden Mäuse, die nehmen, was sie kriegen können. Allesfresser heißt, es wird auch tierische Kost angenommen. Allerdings ist sie meistens unterrepräsentiert im tatsächlichen Mageninhalt oder in der Kotanalyse von Mäusekot. Die ist 90% pflanzlich. Die Kotanalyse ergibt das jedenfalls. Und theoretisch nimmt aber zumindest mal eine Rötelmaus und auch eine Waldmaus auch durchaus ein bisschen Muskelfleisch von einem toten anderen Säugetier, was im Wald plötzlich rumliegt, an. Also nehmen wir mal an, da hat jetzt ein Wolf oder ein Luchs ein Reh gerissen. Und das liegt da jetzt. Und der hat das meiste davon aufgefuttert, aber hat sich nicht die Mühe gemacht, die letzten Reste vom Knochen zu nagen, weil, ja, für die paar Brockenfleisch muss ich mir nicht die Mühe machen, außerdem bin ich jetzt satt. Dann geht er weiter. Und jetzt kommen halt sämtliche anderen, noch gar nicht direkt die Zersetzer, ja, Zersetzung von organischer Substanz hatten wir ja auch am Anfang vom Adventskalender irgendwo mal, die kommen erst relativ spät. Jetzt kommen als erstes mal sämtliche anderen Tiere. Zum Beispiel irgendwelche Vögel, die da noch was abholen wollen, die ganzen Krähenartigen, auch der Eichelherr, der gehört ja auch zu den Rabenvögeln. Und, ja, die kommen da erst mal alle. Und dann kommen aber auch, wenn die gerade weg sind oder mal nicht aufpassen, ist es durchaus vorstellbar, dass da auch so ein Mäuschen auftaucht und sich da mal ein paar Fetzen abknabbert und die dann auch verzehrt. Warum auch nicht? Es liegt da rum. Es ist so wunderbare Eiweißquelle, sehr gesund für die Maus und das nehmen die dann durchaus auch mit. Ja, aber das sind seltene Ausnahmefälle. Das meistens frisst sie genau das, was sie jetzt auch gerade frisst, nämlich eben irgendwelche Knospen, Samen und, ja, fast ausschließlich Zeug, was wir auch verdauen könnten. Mäuse sind so klein, dass sie auch keinen erweiterten Blinddarm haben und schon gar keinen Pansen und dann mit in der Lage zu sein, nennenswert Zellulose abbauen zu können, weshalb eben auch Salat, also ganz normale grüne Pflanzenmasse, für sie nicht wirklich interessant ist. Das ist auch ein ganz entscheidender Unterschied übrigens zwischen Nagetier, also einer Maus, und einem Kaninchen oder einem Hasen, also die Hasenartigen. Weil die Hasenartigen, die haben bereits, die sind ja tendenziell auch einen Ticken größer als viele sehr kleine Nagetiere, wobei es natürlich auch größere Nagetiere gibt. Die Hasenartigen haben standardmäßig bereits eben diesen erweiterten Blinddarm und sind in der Lage, Zellulose abzubauen. Darum fressen sie auch häufig ihre eigenen Köttel, um die einfach quasi nochmal zu verdauen. Beziehungsweise es gibt zwei Sorten von Hasenköttel, die, die zum nochmal fressen und weiter verdauen gedacht sind und die, die tatsächlich Abfall sozusagen sind und ausgeschieden bleiben. Und das ist also die Lösung, die der Hase gefunden hat, bei kleinem Körperbau oder die Hasenartigen gefunden haben, trotzdem Zellulose abbauen zu können. Ja, aber für die Maus hat es nicht gereicht. Die ist wirklich zu klein sozusagen und daher musste sie andere Wege finden und verzichtet jetzt einfach auf den Konsum von Grünzeug, was zwar überall verfügbar wäre, aber eben nur schwierig verdaubar. Jo, und im Winter kann es also durchaus mal vorkommen, dass insbesondere die erdbewohnenden Mäuschen mal wirklich Material in die Bude eintragen. Viele Mäusebaue bestehen aus, gerade bei den Wühlmäusen, Eingang, Notausgang, also es wird immer nur ein Eingang und Ausgang immer wieder der gleiche verwendet. Der zweite wird nur offen, also in vielen Fällen, wird der nur offen gehalten als Notfallausgang sozusagen. Und gerade intelligentere Mäuse, insbesondere wenn sie dann schon ein bisschen älter geworden sind, sollte das mal passieren, so ein Jahr oder so, oder vielleicht sogar zwei, das wäre schon phänomenal, dass eine Maus mal zwei Jahre alt wird. Jedenfalls, dann lernen die nach und nach, dass es Sinn macht, dass der zweite Auseingang wirklich nur für Notfälle gedacht ist und dann ein möglicher Feind, der den Hauptauseingang belagert und wartet, dass die Maus rauskommt, was ich früher oder später muss, weil die würde ja schlicht und ergreifend verhungern. Da muss man also selten lange drauf warten, dass die Maus wieder aufkreuzt, wenn man ihren Eingang belauert. Dann hat sie halt eben noch den geheimen Ein- und Ausgang, um zu verschwinden. Ja, aber davon abgesehen, wir wollen ja nochmal zur Nahrung beziehungsweise zur Vorratsquelle zurück, denn der Bau hat außerdem eine Nisthöhle, eben da, wo halt das Nest gebaut wird. Das ist bei männlichen Tieren dann teilweise ein bisschen nur rudimentär ausgebildet oder gar nicht. Aber eine warme, warme Unterkunft haben auch männliche Mäuse normalerweise, dass sie sich zumindest so ein bisschen wärmendes Nest in vielen Fällen bauen, einfach aus Pflanzenfasern oder eben auch aus Müll, wenn sie Müll finden können. Nicht nur die Hausmaus baut mit Müll, das tun inzwischen auch alle anderen Mäuse, Müll liegt ja genug in der Landschaft rum. Und ja, und dann gibt es halt eben noch die Vorratskammer. Je nach Mausart werden dann riesige Mengen an Vorräten eingetragen. Der Rekord, den man mal bei einer Gelbhalsmaus gefunden hat, lag bei 1,5 Kilo verschiedener Nüsse, also Buchäckern und Eicheln vor allen Dingen. Und das ist für die Größe dieses Tieres, so eine Maus, wenn die mal 50 Gramm hat, dann ist das ein starkes Männchen und ein richtig starkes Männchen. Da ist das schon eine enorme Menge, was da an Material eingelagert worden ist. Und das ist übrigens auch mehr, als für den Winter eigentlich gebraucht werden würde, zumal sie auch dann trotzdem immer noch auf die Suche nach frischer Nahrung gehen wird, die Maus, weil das macht sie halt so. Es ist halt instinktiv gesteuert, dass auch im Winter ein bisschen nach Futter gesucht wird. Was ja gut ist, weil sonst hätten ja unsere ganzen Eulen und unsere ganzen Greifvögel, die im Winter ja hier bleiben, die allermeisten tun das ja, hier gar nichts zu fressen, wenn die Mäuse den Winter über einfach im Bau bleiben würden. Natürlich ist das von den Mäusen so nicht beabsichtigt, aber auch da gibt es wieder ökologische Zusammenhänge, die durchaus nicht ignoriert werden dürfen. Ja, dass Mäuse auch schwimmen können, habe ich glaube ich gesagt. Und ja, Mäuse sind ökologisch wirklich unglaublich wichtig. Jedes Ökosystem braucht seine Mäuse, einfach damit sie vor allen Dingen als Nahrungsgrundlage für viele andere Tiere dienen und selbst können sie aber trotzdem bei Überpopulationen auch durchaus Schäden an der Pflanzenwelt verursachen, wenn es dann mal sein sollte. Ja, dann wäre es das gewesen. Mäuse sind, da fällt mir jetzt gar nicht mehr allzu viel ein, weil es jetzt noch wichtig zu mäusen wäre. Natürlich kann man jetzt noch auf einzelne Arten im Detail potenziell noch etwas mehr eingehen. Nochmal kurz zur Erinnerung, wir haben jetzt gesprochen über die Gelbhalsmaus vor allen Dingen, über die Rötelmaus, beide werden Sie garantiert schon mal gesehen haben im Wald. Deutlich seltener ist die Waldmaus, die hatten wir mal kurz als Foto, die ist eine nahe Verwandte mit der Gelbhalsmaus und man kann sie optisch eigentlich im Feld gar nicht auseinanderhalten. Seid ihr am Waldrand unterwegs und da taucht was auf, was für eine Gelbhalsmaus aussieht, dann könnte es theoretisch auch eine Waldmaus sein, in dem Fall herzlichen Glückwunsch und aber wahrscheinlich war es trotzdem auch wieder nur die Gelbhalsmaus. Übrigens, die haben untereinander, wenn es nicht zu riesigen Mausepopulationsdichten kommt, auch keinerlei Probleme miteinander, also die einzelnen Mausarten gehen sich eher aus dem Weg und sind sich gegenüber selten aggressiv. Nur unter wirklich genau gleichen Mausarten, also Gelbhalsmaus versus Gelbhalsmaus und Rötelmaus versus Rötelmaus kann es mal zu Konflikten kommen und auch mal durchaus zu Beißereien unter den Männchen, wenn eben das Gefühl aufkommt, dass zu wenig Weibchen für alle da sind. So soll es ja auch bei uns Menschen schon mal gegeben haben. Sowas in die Richtung. Gut, aber jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, dann sage ich bis morgen. Heute gab es mich mal nicht zu sehen. Ich habe gedacht, das können wir ja auch an einem Tag mal machen. Einfach ein reines Voice-Over-Video mit ein paar Heimblendbildchen. Und ja, trotzdem bis morgen und macht's gut!